Letztes Mal schon mal hier im Hochtauskreis, wir hatten unsere Landesmitgliederversammlung weit weg von hier. Sehr erfreulich, sehr harmonisch auch, auch mit gutem Zweißen und Schüssen. Aber heute ist es sozusagen ja auch ein wirklich fantastischer Termin. Wir haben die Möglichkeit, die Freien Wähler in Baden-Württemberg zu gründen. Da freue ich mich wirklich sehr, weil das sozusagen, ich glaube, schon handüberfällig ist, die Freien Wähler hier zu etablieren und danach, wie gesagt, eine gute Politik zu machen. Wir haben einen leichteren, sehr formellen Vorgang vor uns. Und ich komme vom Dorf, das ist also nicht so groß wie Baden-Württemberg, 4500 Einwohner. Und bevor wir das formell anfangen, würde ich mich gerne als eine Vorstellungsrunde machen, damit ich weiß, in wem ich am Tisch sitze. Sie sehen, ich bin da, sozusagen, alte Schule, Tag auf den Landskörper, von Sparkassen gelernt habe. Mein Name ist Indi de Hooglu, komme aus Nordhessen, ja, aus Ziegenheim, bin da geboren, in die Kita gegangen, Grundschule, Abitur gemacht an diesem Dorf. Habe dort die Ausbildung zum Bank- und Sparkassenkaufmann angefangen und abgeschlossen. Und heute bin ich auch in Baden-Württemberg, da bin ich auch immer brav. Ich bin für uns im Europäischen Parlament tätig, als Abgeordneter in zwei Ausschüssen. Einmal im Ausschuss für Nürnstoff- und Leerung, wenn ich behaupte, bei mir habe ich die Fernsehsendung, das hat alles gemacht. War aber, selbstverständlich, aber nie wollen wir jetzt eigentlich immer noch, trotz meines Mandats. Und mit dem Ausschuss zur Verteidigung der Europäischen Union und die Auswärtigen Angelegenheiten, also der Auswärtige Ausschuss, Europäische Parlament, auch das sind zwei Sachen, die ich dort mache. Ja, ansonsten noch Landesvorsitzende Freien Männer in Hessen, deswegen darf ich die Versammlung bleiben, das ist mir der Ehre. Und auch stellvertretender Bundesvorsitzende Freien Männer in Deutschland. Ja, ich sage auch noch ein paar Worte zu mir. Laura Schulz, mein Name, ich komme aus dem Landkreis Offbach, also eigentlich um die Ecke, bin ja schnell in Hamburg in einer Stunde. Ich komme aus der Stadt Obertshausen, bin da jetzt auch schon seit vielen Jahren am Stadtparlamenten, bin dort vor Ort Fraktionsvorsitzende. Wir regieren, würde ich auch sagen, recht erfolgreich mit der CDU dort zusammen, seit dieser Wahlperiode. Genau, und im Kreistag arbeite ich auch mit für die Fraktion, da sind wir auch unvertretend bei uns im Landkreis. Ich bin Soziologin von Beruf, arbeite im Bereich Demokratieförderung in Offenbach. Ja, ich freue mich wirklich, dass so viel hier so voller Tatentreiben vorangeht und dass es hier klappt in Bad Traubenburg heute mit der Gründung. Ja, ich denke, Kutaunus hat noch viel vor, so erscheint es mir. Ich freue mich, dass wir vielleicht später nach dem formellen Teil dann auch mal in Gespräche gehen können und schauen können, wie wir hier noch aktiv als Freiwähler vorangehen können. Ja, so im Grunde, wer mich nicht kennt, Christine Joost, Kreisbesitzende von Bruchtau, seit jetzt fast zwei Jahren, bin in meiner Heimatgemeinde, in meiner Grundsitzischen Gemeindenbetretung, bin Ausschussvorsitzender für Soziales und Integration, und bei mir noch viel kleiner, denn mein Landsteil wird am Grundsitzischen Ortsbeinwand. Ja, da darf ich übernehmen, ich bin Dennis Lehmann, ein Teil des Landesvorstandes, unter anderem komme aus der wunderschönen Stadt Offenbach, nicht aus dem Kreis, sondern in der richtige Stadt, der bedauert, ist tatsächlich auch seit 2016 im Stadtparlament, den Fraktionsvorsitzender unserer Fraktion, auch dort haben wir die Freien Bilder gegründet als Parteivorger, da war es dort auch eine FPG-Gruppe, das lief auch unter meiner Führung damals noch, dass wir dort die Parteivorger übernommen haben. Und ja, deswegen bin ich auch gespannt, wie hier die Gründung abläuft und wünsche euch hiermit auch schon mal viel, viel Erfolg dazu. Ja, vielen Dank. Mein Name ist die Becker, ich bin Bad Homburger, zwar nicht unglücklich, aber er ist seit 1994 vor Ort in Bad Homburg gewohnt, habe hier eine kleine Familie gegründet, von Beruf bin ich Unternehmensberater, habe erst Banken studiert und auf neun Jahre in Banken gearbeitet, 1999 bin ich dann die Unternehmensberatung für Banken gewechselt und man lernt dann von innen und auch aus den Medien heraus eine ganze Menge über Politik kennen und in letzter Zeit ist das halt so schlimm geworden in meinen Augen, dass meine Frau mich mehr oder weniger gezwungen hat, jetzt beckern ich, jetzt mach was. Ja, mein Name ist Sabine Becker, ich bin die Frau, die ihn gezwungen hat und er hat mich gleich mitgezogen. Ich bin alte Bad Homburgerin, hier geboren, aufgewachsen, Schule und alles, habe dann berufsmäßig eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht, habe auch 12 oder 13 Jahre in dem Job gearbeitet, bin dann in den elterlichen Betrieb hier in Bad Homburg und bin seit 1995 selbstständige Einzelhändlerin. Wir haben zwei Kinder und wohnen in Oberischbach. Ja, mein Name ist Philipp Anjul, ich bin gebürtiger Bad Homburger, 40 Jahre alt, habe Frau und Kind und betreibe die Post hier in Oberernbach. Dadurch kriege ich viel von den Bürgern mit und möchte mich mehr dafür einsetzen, deswegen bin ich hier. Hallo, mein Name ist Julia Anjul, ich bin die Frau und ich bin gebürtige Pfälzerin, ich komme aus Rheinland-Pfalz, bin der Liebe wegen, also für ihn tatsächlich, nach Bad Homburg gekommen. Wir haben eine fünfjährige Tochter und durch die Post in Obererlenbach bekommen wir tatsächlich mit, was für die Nöten bei den Bürgern sind. Und als ich gehört habe, die freien Wähler setzen sich für die Bürger ein, sie wollen Bürgern sein, da dachte ich, eigentlich sind wir prädestiniert für diese Partei. Ja, ursprünglich gelernt habe ich BWL studiert, ich bin die Blumka-Frau und arbeite jetzt für das Land Hessen. Ja, mal gucken, ob ich da vielleicht was einbringen kann. Ich heiße Heidrun Kronauer, aber ich höre nur auf den Namen Heidi. Ich bin die Mutter von der Julia und die Schwiegermutter von Philipp. Ich wohne seit dreieinhalb Jahren in Bad Homburg, komme auch aus Rheinland-Pfalz und mich interessiert eigentlich auch, was so in Bad Homburg abgeht. Darum habe ich gesagt, mache ich da mit. Ich heiße Stefan Schenke, ich bin 63 Jahre alt, ab kommenden Montag bin ich glücklicher Rentner. Ich wohne mit meiner Frau seit 2006 in Obererlenbach, bin seit fast 32 Jahren überwiegend glücklich verheiratet. Zu den Freien Wählern bin ich gekommen, weil ich nicht nur aufgrund des Wahlprogramms, sondern auch wegen der Bürgernähe denke, dass wir eine Alternative für die Bürger in Bad Homburg sein können. Die Benennung des Versammlungsleiters, da würde ich Ihnen mich vorschlagen. Ich kann das hervorragend. Ich schreibe es ja vor, ich bin selbstbewusst. Gibt es weitere Vorschläge? Ich gucke ganz grimmig. Nein, das ist nicht der Fall. Dann können wir darüber abstimmen, wer ist für mich als Versammlungsleiter, bin ich ums Handzeichen. Das ist hervorragend. Und weil ich nicht alles alleine machen will, müssen wir jetzt noch Wahlleiter und zwei Beisitzer wählen. Warum? In unserer Satzung steht klar drin, dass Wahlen geheim und schriftlich stattfinden müssen. Finde ich auch in Ordnung so. Deswegen brauchen wir eine Wahlleitung und zwei Beisitzer. Als Wahlleiterin schleiche ich meine Stellvertreterin, die Laura vor, Schulz mit Nachnamen, und als zwei Beisitzer den Cenk Gönühl, da hinten der, grimmig guckende jetzt, und den Dennis Lehmann, der gerade Kennycras spielt. Gibt es für die drei Punkte Personen, die das lieber gerne machen möchten? Das ist nicht so, dann würde ich das nach und nach abstimmen. Wer ist für Laura als Wahlleitung, Bildungshandzeichen. Wer ist dagegen? Niemand. Dann Laura, bist du gewählt? Herzlichen Glückwunsch. Dann die beiden Beisitzer gemeinsam. Wer ist für Cenk Gönühl und Dennis Lehmann als Wahlzettelsammler und austragende Menschen? Bildungshandzeichen. Dagegen? Dann herzlichen Glückwunsch. Dann ist das auch gemacht. Jeder, das geht schon mal an dich. Bevor ich an die Wahlleitung übergebe, beim Tagesordnungspunkt 8, darf ich noch Tagesordnungspunkt 7 machen. Beschluss einer Geschäftsordnung. Aktuell sind wir noch eingetragener Verein, hoffentlich bald nicht mehr. Da haben wir gerade letzte Woche hier beschlossen, im Nachbarort, dass wir aus dem Vereinsminister ausgetragen werden wollen. Aber daran ändert sich nichts an dem Vorgang, dass wir unseren Kreis- und Ortsvereinigen empfehlen, keinen eigenen Satz rumzumachen. Warum? Wir sind die Partei, die Bürokratieabbau fordert. Deswegen macht es auch Sinn, keine unnötigen bürokratischen Sachen zu beschließen. Es gilt bei uns immer die Bundessatzung. Und es macht Sinn, wenn es eine Bundeswahlordnung gibt und eine Bundessatzung gibt und dort alles geregelt ist, nicht Experten auf Landeskreis- oder Ortsebene, die mal im Hasenzüchterverein in irgendeiner Satzung mal einen Satz gelesen haben, zu sagen, ob das funktioniert wie auch in der Satzung steht, aber das ist kein Sinn. Bei den Freien Wählern lernt man ein Regelwerk, was gilt auf allen Ebenen. Und wenn irgendwelche Spezialisten meinen, sie wüssten, wie man Satzungen besser schreiben kann, dann sollen sie das auf Bundesebene beantragen oder in ihrem Gesangsverein, wo sie tätig sind, aber nicht sozusagen auf der Landes-, Kreis- und Ortsebene Menschen quälen mit Satzungsdiskussionen. Davon halten wir nichts. Wir wollen Politik machen und uns nicht gegenseitig nerven. Und deswegen empfehlen wir nur Geschäftsordnungen, die sozusagen die Arbeit vor Ort regelt untereinander. Und die wurde mit Einladung verschickt. Gibt es denn jemanden, der der Meinung ist, dass diese Geschäftsordnung auf zwei Seiten nicht lang genug ist und sie gerne ergänzen möchte? Diese erweiterte und Beisitzer vorliegende Geschäftsordnung wurde jedem zur Verfügung gestellt. Sie nicken. Gibt es jemanden, der die noch weiterhin erweitern möchte? Das ist nicht so. Dann können wir die auch wieder per Handzeichen abstimmen. Und wie gesagt, sortiert die Arbeit vor Ort. Wer ist für die Geschäftsordnung wie vorliegt? Hervorragend. Dann können wir jetzt... Ach, wer ist dagegen? Enthaltung? Einstimmig beschlossen. Ja, dann gebe ich weiter jetzt an die Laura und die macht jetzt den Wahladnummer 8. Und ich lehne mich zu. Genau, wir schreiten jetzt voran mit Tagesordnungspunkt 8, Wahl des Gesamtvorstandes der Ortsvereinigung. Und wir haben ja auch gerade schon die Wahlleitung und die Weisitzer gewählt. Die Wahlen müssen nämlich geheim erfolgen. So sieht es die Satzung vor. Die erste Wahl, die wir durchführen werden, ist die Wahl zum Ortsvorsitzenden. Und ich frage Sie, gibt es hier Vorschläge aus der Runde? Ja, kann ich auch machen. Wenn es... Gibt es noch Fragen an Herrn Anjoll aus der Runde? Nö, denke ich nicht. Dann dürfen jetzt meine Beisitzer loslegen und die Wahlzeite verteilen. Von den anwesenden 8 Mitgliedern auch. Das ist schon mal sehr schön. Und es fielen auf Herr Anjoll 8 Ja-Stimmen. Herzlichen Glückwunsch nehmen Sie die Wahl an, Herr Anjoll. Sehr gerne. Wir kommen zum nächsten Punkt. Bis zu 4 gleichberechtigte stellvertretende Ortsvorsitzende können gewählt werden. Ich frage auch hier wieder in die Runde. Gibt es Vorschläge? Wie du Wecker hast vorgeschlagen? Gibt es weitere Vorschläge? Michael Ebert. Ja, super. Es sind 8 abgegebene Stimmen und auch wieder 8 Ja-Stimmen. Herr Wecker, nehmen Sie die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch. Wahlkampf ist beschlossen. Es wird ausgezählt. Genau, wieder 8 abgegebene Wahlzettel und 8 Ja-Stimmen. Herzlichen Glückwunsch. Michael, nimmst du die Wahl an? Ja, sehr schön. Dann kommen wir auch schon zum dritten Posten und der vierten Wahl. Und zwar zur Wahl des Schatzmeisters oder der Schatzmeisterin. Gibt es hier Vorschläge? Sabine Becker ist vorgeschlagen. Dann ist der Wahlgang beschlossen und die Wahlhelfer zählen aus. 8 gültige Wahlzettel sind abgegeben worden mit 8 Ja-Stimmen. Herzlichen Glückwunsch, Frau Becker, nehmen Sie die Wahl an. Nee, nicht ganz schön. Dann kommen wir auch schon zum vorletzten Punkt. Die Wahl des Schriftführers oder der Schriftführerin steht nun an. Gibt es hier Vorschläge? Julia Anglund ist vorgeschlagen. Dann auch wieder dasselbe Ergebnis. Hier vier, acht gültige abgegebenen Stimmzettel und acht Ja-Stimmen. Frau Anglund, nehmen Sie die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch. Dann kommen wir zum letzten Punkt, zur letzten Wahl. Hier haben Sie ja eben bei Top 7 beschlossen, dass zwei weitere Beisitzer im Vorstand mitarbeiten sollen. Die wählen wir jetzt auch in zwei Wahlgängen. Gibt es hier Vorschläge aus der Versammlung? Frau Kronauer ist vorgeschlagen und Herr Schenke ist vorgeschlagen. Acht Ja-Stimmen. Acht abgegebene gültige Stimmzettel und acht Ja-Stimmen. Frau Kronauer, nehmen Sie die Wahl an. Super. Wieder ein Stimmweg mit acht Ja-Stimmen. Und hier liegt das letzte Ergebnis nun auch vor. Acht gültige abgegebene Stimmzettel und acht Ja-Stimmen. Herr Schenke, nehmen Sie die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir den formellen Teil des Abends auch schon abgeschlossen. Vielen Dank für die Disziplin. Es ist wirklich sehr schnell von der Bühne gegangen. Ich darf jetzt Englien Erupel wieder das Wort erteilen. Und er macht weiter mit Tagesordnungspunkt 9. Vielen Dank, Laura, für die Versammlung, für die Leitung des Wahlgangs, Mitgliedschaft des Bildungswerks. Die Freien Wähler haben sich in der Wahlperiode dazu entschieden, mit dem Bildungswerk FWK zusammenzuarbeiten. Alle fünf Jahre nach der Kommunalwahl kann man sein Ei irgendwo hinlegen und ein Bildungswerk sozusagen begünstigen für die Anzahl seiner kommunalen Mandatsträger, die man in Hessen hat. Das Land Hessen zahlt diesem Bildungswerk dann eine gewisse Summe aus, um die kommunalen Mandatsträger oder die künftigen kommunalen Mandatsträger halt fortzubilden in den Bereichen, in denen sie gerne fortgebildet werden möchten. Klammer auf, Klammer zu, sollte was mit Kommunalpolitik zu tun haben, geht aber auch tatsächlich Rhetorik-Seminare oder Social-Media-Seminare, also auch sozusagen persönliches Training in der Richtung. Da kann man Mitglied werden, das kostet nicht viel Geld, irgendwie 20, 25 Euro im Jahr. Wir empfehlen die Mitgliedschaft, das muss nicht hier beschlossen werden. Können Sie in Ihrer ersten Sitzung sozusagen gut darüber diskutieren. Und damit Sie sich die 25 Euro oder 20 Euro auch leisten können, werden wir nach Eröffnung des Kontos auf das neu gegründete Ortsvereinskonto auch 1.000 Euro überweisen als Gründungszuschuss. Dann hat man schon mal sozusagen die ersten 25 Euro kann man davon bezahlen. Man kann aber auch auf www.freiewähler-werbung.de sich eine Homepage basteln lassen, wenn noch nicht da ist. Und andere Sachen machen wir, 1.000 Euro. Ist sozusagen eine reine Information für die neuen Ortsvereine. Also wir haben da so ein Bildungswerk, das ist in dieser Periode das FWK. Da kann man gerne mitmachen, wenn man möchte. Ja, dann schließe ich um 18.47 Uhr formell die Versammlung. Vielen Dank.